Dialog 1 Sprachbarrieren überwinden Alex und Anna sprechen über verschiedene Strategien, um Sprachbarrieren zu überwinden und besser miteinander zu kommunizieren. Hallo Anna, wie geht es dir? Hallo Alex, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Ich wollte mit dir über Sprachbarrieren sprechen. Oh ja, das ist ein wichtiges Thema. Manchmal kann es schwierig sein, sich in einer anderen Sprache zu verständigen. Ja, das stimmt. Aber es gibt einige Strategien, die uns helfen können, diese Barrieren zu überwinden. Welche Strategien meinst du? Eine Möglichkeit ist es, sich auf einfache Wörter und Sätze zu konzentrieren. Das ist eine gute Idee. Wenn wir uns auf die Grundlagen konzentrieren, können wir uns besser verständigen. Genau. Es ist auch hilfreich, wenn wir geduldig miteinander sind und uns Zeit geben, um zu verstehen, was der andere sagt. Das stimmt. Es kann etwas länger dauern, bis wir uns richtig ausdrücken können. Eine weitere Strategie ist es, Gesten und Körpersprache zu verwenden. Ja, Gesten können oft helfen, unsere Worte zu unterstützen und Missverständnisse zu vermeiden. Und wenn wir nicht verstehen, können wir höflich nachfragen oder bitten, dass der andere langsamer spricht. Das ist eine gute Idee. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen, die Sprachbarrieren zu überwinden. Auf jeden Fall. Und wir sollten uns nicht scheuen, Fehler zu machen. Es ist normal, in einer neuen Sprache Fehler zu machen. Da hast du recht. Wir lernen aus unseren Fehlern und werden mit der Zeit besser. Genau. Es ist auch eine gute Idee, sich regelmäßig mit Muttersprachlern zu unterhalten, um unsere Sprachkenntnisse zu verbessern. Ja, das kann uns helfen, mehr Selbstvertrauen zu gewinnen und unsere Sprachfähigkeiten zu verbessern. Und wenn wir uns unsicher fühlen, können wir uns Notizen machen oder ein Wörterbuch verwenden, um neue Wörter nachzuschlagen. Das ist eine nützliche Strategie. Es zeigt, dass wir uns bemühen, die Sprache besser zu verstehen. Absolut. Es gibt auch viele Sprach-Apps und Online-Ressourcen, die uns beim Lernen unterstützen können. Das ist wahr. Wir haben heutzutage viele Möglichkeiten, unsere Sprachkenntnisse zu verbessern. Und wir sollten uns nicht entmutigen lassen, wenn es manchmal schwierig ist. Mit der Zeit werden wir Fortschritte machen. Ich stimme dir zu. Es erfordert Übung und Ausdauer, um Sprachbarrieren zu überwinden. Aber es lohnt sich. Wenn wir uns besser verständigen können, öffnen sich viele neue Möglichkeiten für uns. Da hast du recht. Es ist eine wertvolle Fähigkeit, mehr als eine Sprache zu sprechen. Auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, meine Sprachkenntnisse weiter zu verbessern. Ich mich auch. Es war eine gute Idee, über dieses Thema zu sprechen. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass wir uns darüber austauschen und voneinander lernen. Das stimmt. Ich freue mich schon auf unsere weiteren Gespräche über Sprachbarrieren. Ich mich auch. Bis zum nächsten Mal, Anna. Bis bald, Alex. Hallo Anna. Wie war dein Tag? Hallo Alex. Mein Tag war gut, danke. Ich habe heute mit einem Muttersprachler Deutsch geübt. Das ist großartig. Wie ist es gelaufen? Es war eine interessante Erfahrung. Ich habe gemerkt, dass ich mich besser ausdrücken kann, wenn ich mit jemandem spreche, der die Sprache fließend beherrscht. Das kann ich mir vorstellen. Muttersprachler können uns oft dabei helfen, unsere Aussprache und Grammatik zu verbessern. Ja, genau. Ich habe auch gemerkt, dass ich manchmal noch unsicher bin, besonders wenn ich neue Wörter höre. Das ist völlig normal. Es dauert eine Weile, bis wir uns an neue Wörter gewöhnen und sie selbst verwenden können. Stimmt. Aber ich denke, je öfter ich übe, desto besser werde ich. Absolut. Übung macht den Meister, wie man so schön sagt. Ich habe auch bemerkt, dass ich manchmal nervös bin, wenn ich in der Fremdsprache sprechen muss. Das kenne ich. Es ist normal, vor einer neuen Herausforderung nervös zu sein. Aber ich möchte diese Nervosität überwinden. Hast du Tipps, wie ich damit umgehen kann? Eine Möglichkeit ist es, sich selbst zu ermutigen und sich daran zu erinnern, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen. Das ist wahr. Ich sollte nicht zu hart zu mir selbst sein. Genau. Und wenn du nervös bist, kannst du tief durchatmen und versuchen, dich zu entspannen. Das werde ich versuchen. Es hilft sicher, wenn ich mich entspannt fühle. Und denke daran, dass Sprachbarrieren normal sind und dass wir alle lernen und uns verbessern können. Du hast recht. Ich sollte nicht zu viel Druck auf mich selbst ausüben. Richtig. Und wenn du Hilfe brauchst, stehe ich dir immer zur Seite. Danke, Alex. Es ist toll, jemanden zu haben, der mich unterstützt. Gern geschehen. Wir können auch zusammen üben und uns gegenseitig beim Lernen helfen. Das ist eine gute Idee. Gemeinsam lernen macht immer mehr Spaß. Ja, definitiv. Und es ist auch hilfreich, sich Ziele zu setzen und regelmäßig zu üben. Stimmt. Wenn ich mir Ziele setze, weiß ich, worauf ich hinarbeite. Genau. Und du kannst deine Fortschritte sehen, wenn du regelmäßig übst. Ich werde mir auf jeden Fall Ziele setzen und meine Fortschritte verfolgen. Das klingt nach einem guten Plan. Ich bin sicher, dass du großartige Fortschritte machen wirst. Danke, Alex. Ich bin auch zuversichtlich, dass ich meine Sprachkenntnisse verbessern kann. Das bin ich auch. Wir können uns gegenseitig unterstützen und gemeinsam lernen. Das wird bestimmt helfen. Ich freue mich darauf, meine Sprachkenntnisse weiter auszubauen. Ich mich auch. Es macht immer Spaß, etwas Neues zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Auf jeden Fall. Danke, dass du mit mir über Sprachbarrieren gesprochen hast, Alex. Gern geschehen, Anna. Es war eine interessante und hilfreiche Unterhaltung. Das finde ich auch. Bis zum nächsten Mal, Alex. Bis bald, Anna. Viel Erfolg beim Lernen. Hallo Anna. Wie geht es dir heute? Hallo Alex. Mir geht es gut. Danke. Ich habe in letzter Zeit viel Deutsch geübt. Das ist großartig zu hören. Wie läuft es mit dem Überwinden von Sprachbarrieren? Es wird besser, aber ich merke immer noch, dass ich manchmal nervös bin, wenn ich in der Fremdsprache sprechen muss. Das ist ganz normal, aber du darfst nicht vergessen, dass du bereits große Fortschritte gemacht hast. Danke, Alex. Es ist wirklich ermutigend zu wissen, dass meine Anstrengungen Früchte tragen. Absolut. Sprachenlernen ist ein Prozess, der Zeit und Übung erfordert, aber du machst es wirklich gut. Das bedeutet mir viel. Es war manchmal frustrierend, aber ich versuche dran zu bleiben. Das ist die richtige Einstellung. Gib nicht auf und bleib dran, auch wenn es schwierig wird. Du hast recht. Ich werde weiterhin mein Bestes geben, um meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Das freut mich zu hören. Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Danke, Alex. Du bist wirklich eine große Unterstützung für mich. Das ist gerne so. Wir können uns gegenseitig motivieren und gemeinsam lernen. Ja, das ist wirklich hilfreich. Es ist schön zu wissen, dass ich nicht alleine bin. Auf keinen Fall. Wir sind ein Team und arbeiten zusammen an unseren Sprachkenntnissen. Das stimmt. Und wir können uns gegenseitig helfen, wenn wir auf Schwierigkeiten stoßen. Genau. Wir können uns Fragen stellen und gemeinsam nach Antworten suchen. Das ist eine gute Idee. Gemeinsames Lernen macht immer mehr Spaß. Ja, definitiv. Und es gibt so viele Ressourcen, die uns beim Lernen helfen können. Da hast du recht. Ich werde auch versuchen, mehr Deutsch zu hören und Filme oder Serien auf Deutsch anzuschauen. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Hören ist ein wichtiger Teil des Sprachenlernens. Und vielleicht könnten wir auch zusammen Bücher oder Artikel auf Deutsch lesen. Das klingt nach einem tollen Plan. Das Lesen wird unsere Vokabeln und Grammatik verbessern. Ich freue mich schon darauf. Es gibt so viele Möglichkeiten, unsere Sprachkenntnisse zu erweitern. Das ist wahr. Je mehr wir üben und uns mit der Sprache beschäftigen, desto besser werden wir. Du hast recht. Wir dürfen nicht aufgeben und müssen weiterhin hart arbeiten. Genau. Lernen ist eine Reise und wir sollten jede Gelegenheit nutzen, um zu lernen und zu wachsen. Ich bin wirklich dankbar, dass du mir geholfen hast, meine Motivation zu steigern. Gern geschehen, Anna. Wir sind hier, um uns gegenseitig zu unterstützen und voranzukommen. Danke, Alex. Ich schätze unsere Gespräche wirklich sehr. Ich auch. Lass uns weiterhin hart arbeiten und unsere Sprachkenntnisse verbessern. Das machen wir. Gemeinsam schaffen wir das. Auf jeden Fall. Viel Erfolg weiterhin, Anna. Danke, Alex. Dir auch viel Erfolg. Bis bald. Bis bald, Anna. Tschüss. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 2 Der Einfluss von sozialen Medien auf das Online-Shopping In dieser einfachen deutschen Konversation unterhalten sich zwei Freunde, Lisa und Alex, über den Einfluss von sozialen Medien auf das Online-Shopping. Sie teilen ihre Erfahrungen und diskutieren, wie soziale Medien das Einkaufsverhalten verändert haben. Hallo, Alex. Hast du bemerkt, wie soziale Medien unser Online-Shopping beeinflussen? Hallo, Lisa. Ja, definitiv. Soziale Medien haben eine große Auswirkung auf unser Einkaufsverhalten. Ich stimme dir zu. Ich habe das Gefühl, dass ich viel mehr Online-Shopping mache, seit ich soziale Medien nutze. Das geht mir genauso. Die ständigen Werbeanzeigen und Produktbewertungen auf den Plattformen machen es so verlockend. Ja, die gezielte Werbung hat mich schon oft zum Kauf verleitet. Und manchmal entdecke ich auf Instagram oder Facebook Produkte, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass ich sie haben möchte. Das nennt man wohl Impulskauf. Es ist erstaunlich, wie soziale Medien unser Kaufverhalten beeinflussen können. Das stimmt. Aber ich versuche auch, vorsichtiger zu sein und nicht zu viel Geld auszugeben. Das ist eine kluge Einstellung. Es ist wichtig, unsere Ausgaben im Blick zu behalten. Wie gehst du mit den vielen Werbeanzeigen um? Ignorierst du sie oder schaust du dir die Produkte genauer an? Es kommt darauf an. Manchmal ignoriere ich sie. Aber wenn mich ein Produkt interessiert, schaue ich mir die Bewertungen und Rezensionen an, um sicherzustellen, dass es gut ist. Das ist eine gute Strategie. Es ist wichtig, vor dem Kauf gründlich zu recherchieren. Und wie ist es mit Influencer-Marketing? Beeinflussen dich die Empfehlungen von Influencern beim Online-Shopping? Ja, manchmal schon. Wenn ein Influencer ein Produkt empfiehlt, das mir gefällt und vertrauenswürdig erscheint, bin ich eher geneigt, es zu kaufen. Das geht mir genauso. Es ist fast so, als ob wir den Empfehlungen der Influencer vertrauen und sie als Experten betrachten. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wir sollten jedoch kritisch bleiben und uns nicht von Influencern zu unüberlegten Käufen verleiten lassen. Da hast du recht. Es ist wichtig, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen und nicht blindlings allem zu folgen, was uns vorgeschlagen wird. Absolut. Soziale Medien bieten viele Vorteile beim Online-Shopping. Aber wir müssen auch achtsam sein. Hast du noch weitere Beobachtungen gemacht, wie soziale Medien unser Einkaufsverhalten beeinflussen? Ja. Ich habe festgestellt, dass Bewertungen und Kommentare anderer Käufer einen großen Einfluss darauf haben, ob ich ein Produkt kaufe oder nicht. Das ist wahr. Positive Bewertungen können das Vertrauen in ein Produkt stärken. Aber negative Bewertungen können mich auch davon abhalten, ein Produkt zu kaufen, selbst wenn es mich interessiert. Gute Bewertungen sind für die Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Ja. Und ich versuche immer, ehrliche und authentische Bewertungen zu lesen, um mir ein objektives Bild zu machen. Das ist eine kluge Herangehensweise. Ehrliche Meinungen von anderen Käufern können uns helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Auf jeden Fall. Soziale Medien haben definitiv eine große Auswirkung auf unser Online-Shopping-Erlebnis. Es ist erstaunlich, wie sehr sich unser Einkaufsverhalten in den letzten Jahren verändert hat. Ja. Und es wird interessant sein zu sehen, wie sich soziale Medien in Zukunft weiterentwickeln und unser Shopping-Erlebnis beeinflussen werden. Da bin ich gespannt. Es wird sicherlich weiterhin viele neue Möglichkeiten und Herausforderungen geben. Auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, die Veränderungen zu erleben und zu sehen, wie sie unser Leben beeinflussen werden. Es wird sicherlich aufregend sein. Lass uns weiterhin aufmerksam bleiben und kluge Entscheidungen beim Online-Shopping treffen. Absolut. Danke für diesen interessanten Austausch, Lisa. Gern geschehen, Alex. Es war toll, über dieses Thema zu sprechen und unsere Erfahrungen zu teilen. Da stimme ich dir zu. Bis bald, Lisa. Lass uns in Teil 2 mehr über die Vorteile und Herausforderungen des Online-Shoppings sprechen. Klingt nach einem Plan, Alex. Bis bald. Hallo, Alex. In Teil 2 können wir über die Vorteile und Herausforderungen des Online-Shoppings sprechen. Hallo, Lisa. Das klingt gut. Online-Shopping bietet in der Tat viele Vorteile. Ja, zum Beispiel die Bequemlichkeit. Ich kann rund um die Uhr einkaufen, ohne das Haus verlassen zu müssen. Das ist wirklich praktisch, besonders wenn man einen vollen Terminkalender hat. Genau. Außerdem gibt es eine große Auswahl an Produkten online, aus denen man wählen kann. Das stimmt. Man findet Dinge, die in lokalen Geschäften möglicherweise nicht verfügbar sind. Und Preisvergleiche sind viel einfacher online. Man kann nach den besten Angeboten suchen und Geld sparen. Das ist ein großer Pluspunkt. Online-Shopping kann wirklich kostengünstig sein. Aber es gibt auch einige Herausforderungen beim Online-Shopping. Das stimmt. Eine Herausforderung ist zum Beispiel, dass man die Produkte nicht physisch sehen oder anfassen kann. Ja, das kann manchmal frustrierend sein. Man muss sich auf die Produktbeschreibungen und Bilder verlassen. Und manchmal entspricht das Produkt dann nicht den Erwartungen. Das ist wahr. Deshalb ist es wichtig, Bewertungen und Erfahrungen anderer Käufer zu lesen. Gute Bewertungen können einem wirklich helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Eine andere Herausforderung ist die Lieferzeit. Manchmal dauert es lange, bis das Produkt ankommt. Ja, das kann frustrierend sein, besonders wenn man das Produkt schnell benötigt. Es ist wichtig, vorher zu prüfen, wie lange die Lieferzeit ist, um Enttäuschungen zu vermeiden. Hast du auch schon mal Probleme mit Retouren gehabt? Ja. Manchmal passt ein Kleidungsstück nicht richtig oder das Produkt entspricht nicht meinen Vorstellungen. Dann muss man es zurücksenden. Und das kann manchmal umständlich sein. Aber die meisten Online-Shops bieten heutzutage einfache Rücksendebedingungen an. Das stimmt. Es ist wichtig, die Rücksendebedingungen im Voraus zu prüfen. Trotz einiger Herausforderungen liebe ich es immer noch, online einzukaufen. Ich auch. Es bietet so viele Möglichkeiten und Komfort. Und die Tatsache, dass man verschiedene Produkte und Marken vergleichen kann, hilft einem, fundierte Entscheidungen zu treffen. Ja. Online-Shopping hat das Einkaufserlebnis wirklich verändert. Und es ist erstaunlich, wie soziale Medien und Online-Shopping miteinander verbunden sind. Ja. Soziale Medien haben das Online-Shopping noch attraktiver gemacht. Aber wie wir zuvor besprochen haben, müssen wir vorsichtig sein und nicht zu impulsiv einkaufen. Da hast du recht. Wir sollten immer unsere Bedürfnisse und unser Budget im Auge behalten. Absolut. Auf diese Weise können wir die Vorteile des Online-Shoppings voll ausschöpfen, ohne in unnötige Ausgaben zu geraten. Danke für diese aufschlussreiche Diskussion, Lisa. Es hat Spaß gemacht, über das Online-Shopping zu sprechen. Gern geschehen, Alex. Ich freue mich auf Teil 3, wo wir über die Zukunft des Online-Shoppings sprechen können. Ich auch, Lisa. Bis bald. Lass uns weiterhin gemeinsam lernen und uns austauschen. Auf jeden Fall. Bis bald, Alex. Viel Spaß beim Online-Shopping und bis zum nächsten Mal. Hallo, Alex. In Teil 3 können wir darüber sprechen, wie sich das Online-Shopping in Zukunft entwickeln wird. Hallo, Lisa. Ja. Das ist interessant. Ich frage mich, wie soziale Medien das Online-Shopping weiter beeinflussen werden. Ich denke, dass soziale Medien noch mehr personalisierte Werbung bieten werden. Das stimmt. Die Plattformen werden unsere Interessen und Vorlieben noch besser verstehen und uns gezieltere Angebote machen. Das könnte einerseits praktisch sein, aber andererseits müssen wir aufpassen, nicht in eine übermäßige Konsumfalle zu geraten. Da hast du recht. Wir sollten immer bewusst bleiben und nur das kaufen, was wir wirklich brauchen. Ich denke auch, dass soziale Medien den Trend des Influencer-Marketings fortsetzen werden. Ja. Influencer werden auch in Zukunft eine große Rolle spielen, wenn es um Produktbewertungen und Empfehlungen geht. Wir müssen uns daran erinnern, dass nicht alles, was Influencer empfehlen, unbedingt gut für uns sein muss. Stimmt. Es ist wichtig, kritisch zu bleiben und die Produkte selbst zu überprüfen, bevor wir sie kaufen. Ich denke auch, dass Online-Shopping noch bequemer und schneller wird. Es wird wahrscheinlich mehr Optionen für schnelle Lieferungen geben, vielleicht sogar Lieferungen per Drohne. Das wäre wirklich beeindruckend. Aber wir sollten auch bedenken, wie dies die Umwelt beeinflussen könnte. Da hast du recht. Schnelle Lieferungen können mehr Verkehr und Emissionen verursachen. Deshalb ist es wichtig, dass Unternehmen nachhaltige Lieferoptionen anbieten. Absolut. Es ist wichtig, dass wir als Konsumenten nachhaltige Entscheidungen treffen und umweltfreundliche Lieferoptionen wählen, wenn möglich. Ich denke, dass Online-Shopping auch in Zukunft stärker mit sozialen Medien und Communities verbunden sein wird. Ja, Communities könnten eine wichtige Rolle bei der Beratung und Empfehlung von Produkten spielen. Wir könnten auch mehr virtuelle Einkaufserlebnisse haben, bei denen wir uns mit anderen Online-Shoppern austauschen können. Das wäre eine interessante Möglichkeit, das Gemeinschaftsgefühl beim Online-Shopping zu stärken. Online-Shopping wird sich sicherlich weiterentwickeln und neue Möglichkeiten bieten. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich die Technologie entwickeln wird und wie sie unser Einkaufserlebnis verbessern kann. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, welche neuen Entwicklungen uns in der Zukunft erwarten. Aber trotz aller Veränderungen ist es wichtig, dass wir weiterhin bewusst einkaufen und unsere Bedürfnisse im Blick behalten. Absolut. Lass uns weiterhin kluge Entscheidungen treffen und unseren Einfluss als Konsumenten positiv nutzen. Danke, Lisa, für diese aufschlussreiche Diskussion über den Einfluss von sozialen Medien auf das Online-Shopping. Gern geschehen, Alex. Es hat Spaß gemacht, darüber zu sprechen und unsere Gedanken auszutauschen. Bis bald. Ich freue mich darauf, weiterhin mit dir über verschiedene Themen zu sprechen. Bis bald, Alex. Es war toll, gemeinsam zu lernen und uns auszutauschen. Viel Spaß beim Online-Shopping. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 3 Die Vorteile des Erlernens mehrerer Sprachen In diesem Gespräch erkunden Lisa und Alex die verschiedenen Vorteile des Erlernens mehrerer Sprachen und tauschen ihre persönlichen Erfahrungen aus. Hallo, Alex. Ich habe gehört, dass du mehrere Sprachen sprichst. Ich frage mich, welche Vorteile es hat, mehrere Sprachen zu lernen. Hallo, Lisa. Ja, ich spreche Deutsch, Englisch und Französisch. Es gibt tatsächlich viele Vorteile, mehrere Sprachen zu beherrschen. Das klingt faszinierend. Welche Vorteile sind das? Nun, zunächst einmal ermöglicht es uns, mit Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen zu kommunizieren. Stimmt. Es schafft eine Verbindung und hilft uns, uns in einer globalisierten Welt besser zu verständigen. Genau. Außerdem öffnet es uns berufliche Möglichkeiten. Wie meinst du das? Viele Unternehmen suchen nach Mitarbeitern, die mehrere Sprachen beherrschen, besonders in internationalen Geschäftsbeziehungen. Das macht Sinn. Es kann uns bei der Jobsuche einen Vorteil verschaffen. Absolut. Aber es geht nicht nur um Berufschancen. Mehrsprachigkeit hat auch viele kognitive Vorteile. Echt? Wie beeinflusst es unser Gehirn? Nun, es wurde gezeigt, dass das Erlernen mehrerer Sprachen unsere kognitiven Fähigkeiten verbessert. Das hört sich beeindruckend an. Inwiefern? Zum Beispiel kann es unsere Problemlösungsfähigkeiten stärken und unser Gedächtnis verbessern. Das ist wirklich interessant. Es ist erstaunlich, wie Sprachen unser Gehirn trainieren können. Ja, es ist wie ein Gehirn-Workout. Und je früher wir mit dem Erlernen mehrerer Sprachen beginnen, desto besser sind die langfristigen Auswirkungen. Das macht Sinn. Es ist nie zu früh, um mit dem Sprachenlernen zu beginnen. Ganz genau. Und es macht auch Spaß, neue Sprachen zu entdecken und zu lernen. Da gebe ich dir recht. Es kann eine aufregende Reise sein. Und es erweitert unseren Horizont. Wir können neue Kulturen und Menschen besser verstehen. Definitiv. Es hilft uns, offener und toleranter zu sein. Genau. Und wir können uns auch im Ausland besser zurechtfinden, wenn wir die Landessprache sprechen. Das ist ein großer Vorteil. Es ermöglicht uns, das Beste aus unseren Reisen herauszuholen. Und es zeigt auch Respekt gegenüber anderen Kulturen, wenn wir uns bemühen, ihre Sprache zu sprechen. Das ist eine wichtige Sache. Es zeigt, dass wir uns für andere Kulturen interessieren. Ja. Und es fördert die interkulturelle Kommunikation und Zusammenarbeit. Es ist erstaunlich, wie viel Positives das Erlernen mehrerer Sprachen bewirken kann. Auf jeden Fall. Es ist eine Investition in unsere persönliche und berufliche Entwicklung. Danke, dass du deine Perspektive geteilt hast, Alex. Es hat mich wirklich inspiriert. Gern geschehen, Lisa. Ich bin froh, dass ich meine Begeisterung für Sprachen mit dir teilen konnte. Ich freue mich darauf, meine Sprachkenntnisse weiter auszubauen. Das wünsche ich dir. Es ist eine aufregende Reise, die sich lohnen wird. Das denke ich auch. Vielen Dank, Alex. Kein Problem, Lisa. Wenn du Fragen hast oder Unterstützung beim Sprachenlernen brauchst, stehe ich dir gerne zur Seite. Das ist sehr nett von dir. Vielen Dank. Hallo, Alex. Ich habe darüber nachgedacht, wie das Erlernen mehrerer Sprachen uns auch beim Erlernen neuer Fähigkeiten unterstützen kann. Absolut, Lisa. Beim Erlernen einer neuen Sprache entwickeln wir auch andere Fähigkeiten, wie beispielsweise das Multitasking. Das ist wahr. Wir müssen uns an verschiedene Regeln und Grammatikstrukturen erinnern und gleichzeitig die Aussprache und den Wortschatz verbessern. Genau. Und das Multitasking kann uns auch in anderen Bereichen unseres Lebens nützlich sein. Da hast du recht. Es kann unsere Effizienz steigern und uns dabei helfen, mit mehreren Aufgaben umzugehen. Ganz genau. Außerdem eröffnet uns das Erlernen mehrerer Sprachen neue Möglichkeiten, Menschen aus verschiedenen Kulturen kennenzulernen. Das stimmt. Es ermöglicht uns, neue Freundschaften zu schließen und unsere sozialen Kreise zu erweitern. Und es kann auch unsere Reisemöglichkeiten verbessern. Wenn wir die Sprache eines Landes sprechen, können wir uns besser in die Kultur eintauchen. Das klingt nach einer erfüllenden Erfahrung. Es macht Reisen viel bereichernder. Definitiv. Und wir können auch kulturelle Missverständnisse vermeiden, wenn wir die Sprache und die kulturellen Gepflogenheiten kennen. Das ist wichtig. Es zeigt Respekt gegenüber anderen Kulturen und verhindert unangenehme Situationen. Ganz genau. Und wenn wir mehrere Sprachen beherrschen, können wir auch von anderen lernen. Wie meinst du das? Nun, wir können zum Beispiel Bücher, Filme und Musik in der Originalsprache genießen. Das ist wahr. Es eröffnet uns den Zugang zu einer Vielzahl von kulturellen Werken. Und es kann uns auch dabei helfen, mehr über unsere eigene Sprache und Kultur zu verstehen. Das stimmt. Es gibt oft viele Verbindungen zwischen verschiedenen Sprachen. Ja. Und es ist auch interessant zu sehen, wie sich Sprachen im Laufe der Zeit entwickelt haben. Auf jeden Fall. Es ist faszinierend, die Geschichte und die Wurzeln der Sprachen zu entdecken. Und letztendlich erweitert das Erlernen mehrerer Sprachen unseren Horizont. Absolut. Es eröffnet uns neue Perspektiven und hilft uns, die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Genau. Es ist eine wertvolle Erfahrung, die uns unser Leben lang begleitet. Danke, Alex. Du hast mir wirklich gezeigt, wie wichtig und bereichernd es sein kann, mehrere Sprachen zu lernen. Gern geschehen, Lisa. Ich denke, es ist eine Reise, die es wert ist, unternommen zu werden. Das denke ich auch. Ich freue mich darauf, meine Sprachkenntnisse weiter zu verbessern. Ich bin sicher, dass du großartige Fortschritte machen wirst. Und wenn du Unterstützung brauchst, stehe ich dir gerne zur Seite. Das ist sehr nett von dir. Vielen Dank, Alex. Kein Problem. Lisa. Es war eine Freude, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Vielleicht können wir uns auf Deutsch unterhalten. Das klingt nach einer großartigen Idee. Bis bald, Lisa. Bis bald, Alex. Hallo, Alex. Ich habe weiter über das Erlernen mehrerer Sprachen nachgedacht und frage mich, welche beruflichen Möglichkeiten sich dadurch eröffnen könnten. Das ist eine gute Frage, Lisa. Das Beherrschen mehrerer Sprachen kann unsere beruflichen Aussichten erheblich verbessern. Das denke ich auch. Viele Unternehmen schätzen Mitarbeiter, die mehrsprachig sind, weil sie in einer globalisierten Welt arbeiten. Genau. Internationale Unternehmen haben oft Geschäftspartner und Kunden in verschiedenen Ländern. Und sie benötigen Mitarbeiter, die in der Lage sind, in deren Sprache zu kommunizieren. Und das kann uns einen Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt verschaffen. Definitiv. Es zeigt auch Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, was in vielen Branchen geschätzt wird. Das ist wahr. Und nicht nur in internationalen Unternehmen, sondern auch in der Tourismusbranche sind mehrsprachige Mitarbeiter gefragt. Stimmt. Touristen aus verschiedenen Ländern fühlen sich oft wohler, wenn sie in ihrer Muttersprache kommunizieren können. Und das kann dazu beitragen, dass sie sich willkommen und geschätzt fühlen. Genau. Außerdem kann das Erlernen mehrerer Sprachen auch zu neuen Karrieremöglichkeiten führen. Wie zum Beispiel Übersetzer oder Dolmetscher. Richtig. Aber auch in den Bereichen Medien, Kultur und Bildung werden mehrsprachige Fachkräfte benötigt. Das ist eine gute Pointe. Es gibt viele Bereiche, in denen wir unsere Sprachkenntnisse nutzen können. Und es kann auch unsere Gehaltsaussichten verbessern. Mehrsprachige Mitarbeiter erhalten oft höhere Gehälter. Das wäre ein netter Bonus. Aber es ist nicht nur finanziell, sondern auch persönlich lohnend, mehrere Sprachen zu beherrschen. Absolut. Es kann uns ein Gefühl der Erfüllung geben, wenn wir uns in verschiedenen Sprachen ausdrücken können. Und es öffnet uns die Tür zu neuen Erfahrungen und Abenteuern. Ja, wenn wir eine Sprache beherrschen, können wir auch im Ausland arbeiten oder studieren. Das ist eine aufregende Möglichkeit. Es erweitert unsere beruflichen und persönlichen Horizonte. Und nicht zu vergessen, dass das Erlernen mehrerer Sprachen auch unser Selbstvertrauen stärken kann. Das ist wahr. Es gibt uns die Zuversicht, uns in verschiedenen Situationen zurechtzufinden. Und es kann auch unsere kognitiven Fähigkeiten verbessern. Wie zum Beispiel unser Gedächtnis und unsere Problemlösungsfähigkeiten. Genau. Es gibt viele Gründe, warum das Erlernen mehrerer Sprachen eine lohnende Investition ist. Ich stimme dir voll und ganz zu, Alex. Ich freue mich darauf, meine Sprachkenntnisse weiterzuentwickeln und all diese Vorteile zu nutzen. Das wird bestimmt eine lohnende Reise, Lisa. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Vielen Dank, Alex. Und ich danke dir auch für diese aufschlussreichen Gespräche. Gern geschehen, Lisa. Es war mir eine Freude, mit dir darüber zu sprechen. Ich freue mich darauf, unsere Sprachreise gemeinsam fortzusetzen. Ich auch, Lisa. Bis bald und viel Erfolg beim Sprachenlernen. Bis bald, Alex. Und dir auch alles Gute dabei. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 4 Umweltauswirkungen und aktuelle Herausforderungen Lisa und Tim sprechen über Umweltauswirkungen und aktuelle Umweltausforderungen. Hallo Tim. Wie geht es dir? Hallo Lisa. Mir geht es gut. Danke. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut. Ich habe jedoch in letzter Zeit viel über Umweltauswirkungen und Probleme nachgedacht. Das ist ein wichtiges Thema. Die Umwelt ist unser Zuhause. Und wir müssen sie schützen. Absolut. Tim. Hast du bemerkt, wie sich das Klima in den letzten Jahren verändert hat? Ja. Die Temperaturen steigen, und wir haben mehr extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen und Stürme. Das ist besorgniserregend. Diese Veränderungen betreffen nicht nur die Umwelt, sondern auch unsere Gesundheit und Lebensweise. Das stimmt. Zum Beispiel können extreme Hitzewellen gefährlich sein, besonders für ältere Menschen. Und wir sehen auch, wie die Ozeane verschmutzt werden. Plastikmüll ist ein großes Problem. Ja. Lisa, die Meeresverschmutzung bedroht die Tierwelt im Ozean und kann langfristig auch für uns schädlich sein. Ich habe gehört, dass einige Länder Maßnahmen ergreifen, um Plastikmüll zu reduzieren. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Auf jeden Fall. Wir sollten alle unsere Gewohnheiten überdenken und versuchen, weniger Plastik zu verwenden. Und was ist mit der Abholzung der Wälder? Das hat auch schwerwiegende Auswirkungen. Ja. Die Abholzung führt zu Verlusten an Artenvielfalt und trägt zur globalen Erwärmung bei. Es ist traurig zu sehen, wie viele Tierarten bedroht sind oder bereits ausgestorben sind. Wir müssen dringend Maßnahmen ergreifen, um unsere Wälder zu schützen und die Artenvielfalt zu erhalten. Ich frage mich manchmal, ob wir genug tun, um diese Umweltauswirkungen zu bekämpfen. Es gibt definitiv noch viel zu tun, Lisa. Aber wir können alle unseren Teil dazu beitragen. Das stimmt. Jeder kleine Schritt, den wir unternehmen, umweltfreundlicher zu leben, kann einen Unterschied machen. Wir können recyceln, Energie sparen und bewusster konsumieren. Und wir können auch unsere Regierungen und Unternehmen dazu ermutigen, umweltfreundliche Maßnahmen zu ergreifen. Genau. Lisa, wir müssen zusammenarbeiten, um unsere Umwelt zu schützen und zukünftigen Generationen eine gesunde Erde zu hinterlassen. Ich hoffe wirklich, dass wir in der Lage sind, die Umweltauswirkungen zu verringern und die Umwelt zu retten. Ich auch, Lisa. Es ist unsere Verantwortung, die Erde zu schützen, auf der wir leben. Lass uns gemeinsam daran arbeiten, Tim. Auf jeden Fall, Lisa. Jeder von uns kann einen Unterschied machen. Tim. Wir haben über die großen Umweltprobleme gesprochen. Gibt es auch positive Entwicklungen? Ja, Lisa. Es gibt einige positive Veränderungen. Viele Menschen sind sich der Umweltprobleme bewusst geworden. Das ist ermutigend. Es scheint, als würden immer mehr Menschen versuchen, umweltfreundlicher zu leben. Genau. Es gibt einen wachsenden Trend zu erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarenergie. Das ist großartig für die Reduzierung von Treibhausgasen. Wir müssen auf saubere Energie umsteigen. Und die Elektromobilität wird auch immer beliebter. Mehr Menschen fahren Elektroautos. Das kann die Luftqualität in unseren Städten verbessern und den Q2-Ausstoß reduzieren. Außerdem gibt es viele Umweltschutzorganisationen, die sich für den Schutz von Ökosystemen einsetzen. Das ist wichtig, um bedrohte Tierarten und ihren Lebensraum zu schützen. Und die Bewegung für nachhaltige Landwirtschaft und biologische Lebensmittel gewinnt an Fahrt. Das ist großartig, denn nachhaltige Landwirtschaft kann die Umweltauswirkungen der Lebensmittelproduktion reduzieren. Ja, und immer mehr Menschen versuchen, weniger Fleisch zu essen, um den Ressourcenverbrauch zu verringern. Das ist auch gut für unsere Gesundheit. Eine ausgewogene Ernährung ist wichtig. Wir sollten auch über die Bedeutung des Wassers sprechen. Wasserknappheit ist in einigen Regionen ein großes Problem. Das stimmt. Sauberes Wasser ist lebenswichtig, und wir müssen es schützen und sparsam damit umgehen. In einigen Ländern gibt es Initiativen zur Aufforstung und Wiederaufforstung von Wäldern. Das ist eine großartige Möglichkeit, die Abholzung auszugleichen und den Lebensraum für Tiere zu erhalten. Lisa, ich denke, es ist wichtig, dass wir diese positiven Entwicklungen unterstützen und fördern. Absolut, Tim. Wir können alle unseren Teil dazu beitragen, indem wir umweltfreundliche Entscheidungen treffen. Wir sollten auch unsere Familien und Freunde ermutigen, sich für den Umweltschutz einzusetzen. Und wir können Bildungsprogramme unterstützen, um mehr Menschen über Umweltthemen aufzuklären. Ja, Lisa, Bildung spielt eine entscheidende Rolle, um das Bewusstsein für Umweltprobleme zu schärfen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir optimistisch bleiben und glauben, dass positive Veränderungen möglich sind. Auf jeden Fall, Lisa. Wenn wir alle zusammenarbeiten, können wir eine nachhaltigere Zukunft schaffen. Ich bin froh, dass es Menschen wie dich gibt, Tim, die sich für die Umwelt einsetzen. Danke, Lisa. Gemeinsam können wir einen Unterschied machen. Lass uns weiterhin über Umweltthemen sprechen und versuchen, positive Veränderungen herbeizuführen. Das klingt nach einem Plan, Lisa. Wir haben die Verantwortung, unsere Erde zu schützen und zu bewahren. Genau, Tim. Die Zukunft unserer Umwelt hängt von unseren Entscheidungen und Handlungen ab. Lass uns unseren Teil dazu beitragen und hoff. Tim, es ist großartig, dass wir über Umweltthemen sprechen und positive Entwicklungen sehen. Gibt es jedoch auch Herausforderungen, die du ansprechen möchtest? Ja, Lisa. Es gibt immer noch viele Herausforderungen. Eine der größten ist der Klimawandel. Das ist wahr. Der Klimawandel führt zu extremen Wetterereignissen und bedroht Ökosysteme weltweit. Und die Plastikverschmutzung in den Ozeanen ist ein weiteres ernstes Problem. Plastikmüll schadet der Tierwelt und der Umwelt. Das ist besorgniserregend. Wir müssen Wege finden, um Plastikmüll zu reduzieren und umweltfreundlichere Materialien zu verwenden. Auch die Abholzung von Wäldern und der Verlust von Biodiversität sind Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Biodiversität ist entscheidend für das Gleichgewicht der Natur. Wir sollten uns bemühen, Artenvielfalt zu schützen. Ein weiteres Thema ist die Luftverschmutzung in vielen Städten. Sie beeinflusst die Gesundheit der Menschen negativ. Ja. Saubere Luft ist wichtig für unsere Gesundheit. Wir sollten uns für weniger Luftverschmutzung einsetzen. Und es gibt immer noch viele Regionen, in denen der Zugang zu sauberem Trinkwasser eine Herausforderung ist. Das ist tragisch. Sauberes Wasser sollte für alle Menschen auf der Welt zugänglich sein. Wir müssen auch den nachhaltigen Konsum fördern und weniger Ressourcen verschwenden. Das stimmt. Jeder kann dazu beitragen, indem er bewusster einkauft und weniger Abfall produziert. Abschließend denke ich, dass Bildung und Sensibilisierung weiterhin entscheidend sind, um diese Herausforderungen anzugehen. Da stimme ich dir vollkommen zu, Tim. Wir müssen Menschen über diese Probleme aufklären. Lisa, trotz all dieser Herausforderungen dürfen wir nicht die Hoffnung verlieren. Gemeinsam können wir Veränderungen bewirken. Das sehe ich genauso, Tim. Es liegt in unserer Verantwortung, für eine nachhaltigere Zukunft zu arbeiten. Wir sollten uns weiterhin für den Umweltschutz engagieren und positive Veränderungen anstreben. Ja, Tim. Lass uns auch andere Menschen inspirieren, sich für die Umwelt einzusetzen. Absolut, Lisa. Gemeinsam können wir die Welt zu einem besseren Ort machen. Danke, Tim, dass du dieses wichtige Gespräch über Umweltthemen geführt hast. Es war mir eine Freude, Lisa. Lasst uns weiterhin zusammenarbeiten, um die Umwelt zu schützen. Auf eine nachhaltige Zukunft, Tim. Auf eine nachhaltige Zukunft, Lisa. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 5 Tipps für effektives Deutsch lernen Lena und Alex unterhalten sich über Tipps und Strategien, wie man Deutsch effektiv lernen kann. Hallo Alex. Wie geht es dir? Hallo Lena. Mir geht es gut. Danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Ich wollte mit dir über Deutsch lernen sprechen. Hast du Tipps, wie man die Sprache effektiv lernen kann? Ja, natürlich. Deutsch ist keine einfache Sprache. Aber es gibt einige Dinge, die das Lernen erleichtern können. Das klingt gut. Ich lerne noch nicht so lange Deutsch und manchmal finde ich es schwierig. Keine Sorge. Das ist normal. Es braucht Zeit und Übung, um eine neue Sprache zu lernen. Welche Tipps hast du für mich, um mein Deutsch zu verbessern? Zuerst einmal ist es wichtig, regelmäßig zu üben. Versuche jeden Tag ein bisschen Deutsch zu sprechen oder zu schreiben. Das ist ein guter Tipp. Ich werde versuchen, mich jeden Tag mit Deutsch zu beschäftigen. Das wird dir bestimmt helfen. Es ist auch wichtig, Vokabeln zu lernen und zu wiederholen. Ja, Vokabeln sind manchmal schwer zu merken. Aber ich weiß, dass es wichtig ist. Du kannst Karteikarten verwenden, um die Vokabeln zu üben. Schreibe das deutsche Wort auf eine Seite und die Übersetzung auf die andere Seite. Das ist eine gute Idee. Ich werde mir Karteikarten machen und sie regelmäßig durchgehen. Das wird dir sicherlich helfen, die Vokabeln besser zu behalten. Und vergiss nicht, auch Grammatik zu üben. Grammatik ist manchmal wirklich kompliziert. Hast du einen Tipp, wie man das am besten macht? Ja, versuche, kleine Grammatikübungen zu machen. Es gibt viele Apps und Online-Ressourcen, die dabei helfen können. Ich werde mir einige Übungen suchen und daran arbeiten. Danke für den Tipp. Gern geschehen. Und noch ein Tipp. Schau dir deutsche Filme oder Serien an, um dein Hörverständnis zu verbessern. Das ist eine tolle Idee. Ich mag deutsche Filme. Es ist auch eine unterhaltsame Art zu lernen. Genau. Und wenn du schwierige Wörter hörst, kannst du sie nachschlagen und mehr über ihre Verwendung lernen. Das werde ich definitiv tun. Es ist immer gut, neue Wörter im Kontext zu sehen. Richtig. Und vergiss nicht, Geduld mit dir selbst zu haben. Sprachen lernen ist ein Prozess, der Zeit und Übung erfordert. Danke, Alex. Manchmal bin ich frustriert, wenn ich nicht so schnell Fortschritte mache, wie ich möchte. Das ist ganz normal. Jeder lernt in seinem eigenen Tempo. Bleib dran und du wirst Fortschritte machen. Danke für die Ermutigung, Alex. Ich werde weiterhin hart arbeiten, um mein Deutsch zu verbessern. Das weiß ich. Du machst das großartig, Lena. Und wenn du Fragen hast, stehe ich dir immer zur Verfügung. Das ist sehr nett von dir, Alex. Ich schätze deine Hilfe und Unterstützung. Kein Problem. Lena, wir helfen uns gegenseitig, besser in Deutsch zu werden. Das ist eine gute Einstellung. Zusammen werden wir erfolgreich sein. Auf jeden Fall. Gemeinsam schaffen wir das. Und denk daran, Deutsch auch außerhalb des Unterrichts zu üben. Ja. Ich werde versuchen, Deutsch im Alltag zu verwenden. Danke für all deine Tipps, Alex. Gern geschehen. Lena, lass uns gemeinsam Deutsch üben und uns gegenseitig helfen, besser zu werden. Das klingt nach einem Plan, Alex. Danke für deine Zeit und Hilfe. Kein Problem. Lena, bis zum nächsten Mal. Hallo, Alex. Ich habe ein paar Fortschritte gemacht, seitdem wir das letzte Mal über Deutsch lernen gesprochen haben. Das freut mich zu hören, Lena. Wie läuft es mit den Tipps, die wir besprochen haben? Die Karteikarten haben mir wirklich geholfen, Vokabeln besser zu behalten. Ich mache das jetzt regelmäßig. Das ist großartig. Regelmäßiges Üben ist der Schlüssel zum Erfolg. Hast du auch an deiner Grammatik gearbeitet? Ja. Ich habe einige Übungen gemacht. Ich finde es immer noch herausfordernd. Aber es wird besser. Das ist normal. Grammatik kann kompliziert sein, aber mit Übung wirst du es beherrschen. Hast du auch deutsche Filme geschaut? Ja. Ich habe angefangen, deutsche Filme mit Untertiteln anzuschauen. Es hilft mir, das Hörverständnis zu verbessern. Das ist eine gute Methode. Du kannst auch versuchen, Filme ohne Untertitel anzusehen, um dich herauszufordern. Das werde ich probieren, obwohl es manchmal schwierig sein kann, alles zu verstehen. Mach dir keine Sorgen, Lena. Es ist in Ordnung, wenn du nicht alles auf Anhieb verstehst. Mit der Zeit wirst du besser. Danke, Alex. Ich schätze deine Ermutigung. Es motiviert mich, weiterzumachen. Gerne geschehen. Und wenn du Fragen hast, stehe ich dir immer zur Verfügung. Wir können auch zusammen üben, wenn du möchtest. Das wäre toll. Es wäre schön, mit jemandem zu üben, der besser Deutsch spricht als ich. Kein Problem. Lena, ich helfe dir gerne. Wir können uns regelmäßig treffen und Deutsch sprechen. Das klingt nach einem guten Plan. Es wird mir bestimmt helfen, mein Deutsch zu verbessern. Das bin ich sicher. Es ist immer gut, mit anderen zu üben, um das Sprechen zu üben und mehr Selbstvertrauen zu gewinnen. Ja, das stimmt. Ich fühle mich manchmal unsicher, wenn ich Deutsch spreche. Das ist ganz normal. Wir machen alle Fehler und das ist in Ordnung. Wichtig ist, dass du weiterhin übst und dich verbessern möchtest. Du hast recht, Alex. Ich werde nicht aufgeben und mein Bestes geben, um besser zu werden. Das ist die richtige Einstellung, Lena. Ich bin stolz auf deine Fortschritte. Denk daran, dass Sprachenlernen ein ständiger Prozess ist. Danke, Alex. Deine Unterstützung bedeutet mir viel. Ich bin froh, dass ich dich als Lernpartner habe. Ich bin auch froh, dass ich dir helfen kann, Lena. Zusammen werden wir unsere Deutschkenntnisse verbessern. Das glaube ich auch. Es macht Spaß, Deutsch zu lernen, wenn man einen Freund hat, der einen unterstützt. Ich finde es auch toll, mit dir Deutsch zu üben. Es ist immer gut, jemanden zu haben, mit dem man lernen kann. Auf jeden Fall. Es ist auch schön, dass wir uns auf Deutsch unterhalten können und nicht immer ins Englische wechseln müssen. Genau. Wir sollten so viel wie möglich auf Deutsch sprechen, um unsere Sprachfähigkeiten zu verbessern. Ich stimme dir zu, Alex. Also, wann treffen wir uns das nächste Mal, um zusammen zu üben? Wie wäre es mit morgen nach der Schule? Wir könnten uns in der Bibliothek treffen und ein paar Übungen machen. Das klingt gut. Ich freue mich darauf. Bis morgen, Alex. Bis morgen, Lena. Ich freue mich auch darauf, mit dir zu üben. Hallo Lena. Wie geht es dir? Hast du Fortschritte gemacht seit unserem letzten Treffen? Hallo Alex. Ja, ich habe definitiv Fortschritte gemacht. Ich habe viele der Tipps umgesetzt, die du mir gegeben hast. Das ist großartig zu hören. Welche Tipps haben dir am meisten geholfen? Die Karteikarten sind wirklich hilfreich, besonders um Vokabeln zu lernen. Ich habe auch angefangen, deutsche Bücher zu lesen. Das ist eine tolle Idee. Das Lesen von Büchern kann dein Vokabular und Verständnis verbessern. Welche Bücher liest du? Ich habe mit einfachen Kinderbüchern angefangen und arbeite mich langsam zu anspruchsvolleren Texten vor. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist wichtig, dass du dich nicht überforderst, sondern in deinem eigenen Tempo vorangehst. Ja, das habe ich gemerkt. Es macht mehr Spaß, wenn ich die Geschichten auch wirklich verstehe. Absolut. Und wenn du Fragen zu den Büchern hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung, um sie zu beantworten. Danke. Das ist sehr nett von dir. Ich schätze deine Hilfe wirklich. Kein Problem. Lena, wir sind hier, um uns gegenseitig zu unterstützen. Hast du auch das Sprechen geübt? Ja. Ich habe versucht, mehr auf Deutsch zu sprechen. Auch wenn ich manchmal nervös bin. Das ist völlig normal. Je mehr du übst, desto selbstbewusster wirst du werden. Denk daran, dass es okay ist, Fehler zu machen. Danke, Alex. Es ist ermutigend zu wissen, dass Fehler zum Lernen dazu gehören. Ganz genau. Wenn du Fehler machst, lernst du daraus und wirst besser. Ich mache auch noch immer Fehler. Das beruhigt mich irgendwie. Also üben wir zusammen weiter, oder? Auf jeden Fall. Wir können regelmäßig zusammen üben und uns gegenseitig verbessern. Das klingt gut. Ich freue mich darauf, gemeinsam Fortschritte zu machen. Ich mich auch, Lena. Es ist schön zu sehen, wie du motiviert und engagiert bist, Deutsch zu lernen. Danke, Alex. Deine Unterstützung und Ermutigung bedeuten mir viel. Das ist doch selbstverständlich. Wir helfen uns gegenseitig, um unsere Ziele zu erreichen. Das ist wahr. Oh, und ich habe angefangen, Podcasts auf Deutsch zu hören. Es ist eine tolle Möglichkeit, mein Hörverständnis zu verbessern. Das ist eine großartige Idee. Es gibt viele interessante Podcasts, die dir dabei helfen können. Welche hörst du? Ich habe mit einem Podcast für Deutschlernende angefangen, der langsam und gut verständlich ist. Das ist eine gute Wahl. Du kannst dann später zu anspruchsvolleren Podcasts wechseln. Genau. Das ist der Plan. Es gibt so viele Ressourcen. Es ist manchmal schwierig zu wissen, wo man anfangen soll. Das verstehe ich. Aber du machst das großartig, Lena. Du hast einen klaren Lernplan und arbeitest daran. Danke, Alex. Ich bin froh, dass ich dich als Lernpartner habe. Es macht das Lernen viel einfacher und angenehmer. Ich bin auch froh, dass ich dir helfen kann, Lena. Gemeinsames Lernen ist immer effektiver. Das finde ich auch. Also, lass uns weitermachen und unsere Deutschkenntnisse verbessern. Auf jeden Fall. Wir werden das schaffen, Lena. Gemeinsam sind wir stark. Da bin ich mir sicher. Danke, Alex, dass du mich dabei unterstützt. Gern geschehen, Lena. Bis zum nächsten Mal. Bis bald, Alex. Und danke für alles. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 6 Empfehlungen für deutsche Gerichte für Besucher Lena und Tim sprechen über deutsche Gerichte, die sie Besuchern ihres Landes empfehlen würden. Hallo Tim, wie geht es dir? Mir geht es gut, Lena. Und dir? Mir geht es auch gut. Ich wollte mit dir über deutsche Gerichte sprechen, die wir Besuchern empfehlen würden. Das ist eine großartige Idee, Lena. Deutschland hat so viele köstliche Speisen zu bieten. Da hast du recht. Zuerst einmal würde ich Sauerkraut und Bratwurst empfehlen. Das sind klassische deutsche Gerichte. Sauerkraut ist sauer und Bratwurst ist herzhaft. Perfekt für Fleischliebhaber. Ja. Und sie werden oft zusammen serviert. Die Kombination aus saurem Kraut und würziger Wurst ist ein Genuss. Absolut. Und dann gibt es die Berliner Currywurst, besonders für diejenigen, die es gerne etwas schärfer mögen. Currywurst ist ein Muss in Berlin. Die würzige Soße verleiht der Bratwurst eine einzigartige Note. Und denk an die verschiedenen regionalen Variationen. Jede Region hat ihre eigenen Spezialitäten. Das ist wahr. Bayern ist bekannt für seine Brezen und Weißwurst, während Hamburg mit Fischbrötchen glänzt. Und im Rheinland sind Reibekuchen beliebt. Sie werden aus Kartoffeln gemacht und mit Apfelmus serviert. Reibekuchen sind lecker und sättigend. Perfekt für einen deftigen Snack. Und wie steht es mit deutschen Suppen? Oh, deutsche Suppen sind ebenfalls empfehlenswert. Die Erbsensuppe und die Gulaschsuppe sind herzhaft und wärmend. Und die Kartoffelsuppe mit Würstchen ist ein einfaches, aber köstliches Gericht. Perfekt für kalte Tage. Und vergiss nicht die Vielfalt der deutschen Brot- und Backwaren. Das Roggenbrot und die Brezen sind ein Genuss. Und die Kuchen. Vom Schwarzwälder Kirschtorte bis zum Apfelstrudel gibt es so viele süße Versuchungen. Der Schwarzwälder Kirschtorte ist ein Klassiker. Schokolade, Kirschen und Sahne, eine perfekte Kombination. Und der Apfelstrudel mit Vanillesoße ist ein Stück Himmel auf dem Teller. Warm und aromatisch. Und für diejenigen, die es deftig mögen, sollte man unbedingt die deutsche Schweinshaxe probieren. Die Schweinshaxe ist ein mächtiges Gericht. Das Fleisch ist zart und die Kruste ist knusprig. Und dann gibt es die deutschen Würste. Bratwurst, Thüringer Rostbratwurst, Weißwurst, die Auswahl ist riesig. Und sie werden oft mit Senf oder Sauerkraut serviert. Deutsche Küche hat wirklich für jeden etwas zu bieten. Das stimmt, Lena. Deutschland ist ein kulinarische Paradies. Wir sollten Besuchern unbedingt empfehlen, diese Gerichte zu probieren. Absolut, Tim. Es ist eine Möglichkeit, unsere Kultur und Traditionen mit anderen zu teilen. Und es wird Ihnen sicherlich schmecken. Das denke ich auch, Lena. Bis bald. Bis bald, Tim. Tim, wir haben bereits einige köstliche deutsche Gerichte besprochen. Lass uns fortfahren. Was empfiehlst du Besuchern noch? Natürlich, Lena. Ein weiteres Highlight ist die deutsche Schnitzel. Besonders das Wiener Schnitzel aus dünnem Kalbfleisch. Das Wiener Schnitzel ist ein echter Klassiker. Knusprig paniert und saftig im Inneren. Dazu passt Zitronensaft perfekt. Richtig, Lena. Und dann gibt es die deutschen Rouladen. Fleischröhrchen gefüllt mit Zwiebeln, Speck und Senf in einer leckeren Soße. Rouladen sind perfekt für ein festliches Essen. Sie sind herzhaft und schmackhaft. Und wie steht es mit deutschen Salaten? Deutsche Salate sind oft überraschend lecker. Der Kartoffelsalat und der Krautsalat sind beliebte Beilagen. Der Kartoffelsalat kann warm oder kalt serviert werden. Und der Krautsalat ist schön knackig und erfrischend. Ja. Und dann gibt es die deutsche Suppe namens Solyanka. Sie ist scharf und säuerlich und enthält oft Wurst und saure Gurken. Solyanka ist einzigartig. Sie hat einen intensiven Geschmack und ist besonders in Ostdeutschland beliebt. Und was denkst du über deutsche Fischgerichte? Deutschland hat eine lange Küste. Daher sind Fischgerichte auch sehr beliebt. Matthies Hering und Räucherfisch sind zu empfehlen. Matthies Hering ist mild und zart. Er wird oft mit Zwiebeln und saurer Sahne serviert. Räucherfisch hat einen rauchigen Geschmack. Und vergiss nicht die Bremer Klaben, ein süßes Hefebrot mit Rosinen und Zitronat. Perfekt zum Frühstück oder als Snack. Die Bremer Klaben sind ein süßer Genuss. Sie erinnern an traditionelle deutsche Backwaren. Und wie steht es mit deutschen Getränken? In Deutschland sollte man unbedingt Bier probieren. Es gibt viele Sorten, von Pilsner bis Weizenbier. Ja. Deutsches Bier ist weltberühmt. Und Weinliebhaber können deutschen Wein genießen, insbesondere den Riesling aus der Mosel-Region. Deutschland hat eine reiche Weintradition. Der Riesling ist fruchtig und aromatisch. Und für diejenigen, die es alkoholfrei mögen, gibt es Apfelschorle. Apfelschorle ist erfrischend und leicht süß. Eine gute Wahl, um den Durst zu stillen. Tim, ich denke, wir haben eine beeindruckende Liste von Empfehlungen zusammengestellt. Absolut. Lena, Deutschland hat so viel zu bieten, wenn es um Essen und Trinken geht. Ich hoffe, unsere Empfehlungen helfen Besuchern, die deutsche Küche zu genießen. Ich bin sicher, dass sie es werden. Und es ist eine großartige Möglichkeit, unsere Kultur durch das Essen zu erleben. Bis bald, Tim. Bis bald, Lena. Guten Appetit. Tim, wir haben bereits so viele köstliche deutsche Gerichte besprochen. Gibt es noch etwas, das du Besuchern dringend empfehlen möchtest? Auf jeden Fall, Lena. Ich denke, wir sollten über deutsche Käsesorten sprechen. Deutschland hat eine beeindruckende Vielfalt. Das ist wahr. Von mild bis kräftig. Es gibt für jeden Geschmack etwas. Der Camembert und der Limburger sind cremig und aromatisch. Und dann gibt es den würzigen Harzer Käse, der in einer speziellen Form hergestellt wird. Ein echtes Geschmackserlebnis. Harzer Käse ist etwas Besonderes. Manche lieben ihn, andere finden seinen Geruch gewöhnungsbedürftig. Und wie steht es mit deutschen Desserts? Deutsche Desserts sind ebenfalls einen Versuch wert. Der Kaiserschmarrn, ein lockerer Pfannkuchen mit Rosinen und Puderzucker, ist himmlisch. Kaiserschmarrn ist ein süßer Genuss. Er wird oft mit Apfelmus oder Preiselbeeren serviert. Und der Quarkkuchen ist leicht und erfrischend. Genau. Der Quarkkuchen hat eine cremige Füllung und einen knusprigen Teig. Perfekt zum Abschluss einer Mahlzeit. Und dann gibt es die deutschen Plätzchen. Die deutschen Plätzchen sind berühmt. Lebkuchen, Zimtsterne und Vanillekipferl sind während der Weihnachtszeit ein Muss. Und das Stollenbrot, ein fruchtiges Weihnachtsgebäck mit Marzipan und Puderzucker, ist ein traditioneller Favorit. Stollenbrot ist ein Festtagsklassiker. Die Aromen sind einfach unwiderstehlich. Und wie steht es mit deutschen Feinkostgeschäften? Deutsche Feinkostgeschäfte sind großartig, um regionale Spezialitäten zu entdecken. Man kann dort viele der von uns empfohlenen Gerichte finden. Das ist eine gute Idee, Tim. Besucher können deutsche Köstlichkeiten als Souvenirs mit nach Hause nehmen. Tim, ich denke, unsere Empfehlungen werden Besuchern helfen, die Vielfalt der deutschen Küche zu entdecken. Da bin ich sicher, Lena. Die deutsche Küche hat so viel zu bieten, und es ist eine Freude, sie zu teilen und zu genießen. Ich hoffe, unsere Gespräche haben anderen Appetit gemacht, Deutschland zu besuchen und seine kulinarischen Schätze zu erleben. Das hoffe ich auch, Tim. Es war eine Freude, diese Unterhaltungen mit dir zu führen. Bis bald. Bis bald, Lena. Guten Appetit. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Vergessen Sie nicht es zu liken und zu abonnieren. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben.